hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin doch wieder bei freefire unterwegs und spiele ber ranking ich möchte ja probieren in der meiste liege reinzukommen ich denke mal das schaffe ich jetzt nicht in dieser woche ich will es trotzdem weiter probieren aber wir werden mal gleich starten mit die erste runde also viel spaß okay und das geht los ich würde wieder als erste gerankt ich denke es sind nur mpcs dabei und diese zeit wie ich jetzt spiele sind meistens wenige spieler naja oder die starten jetzt schon rein ich meine nicht aber egal da ist die truhe müsste so sagen da sieht man sie schon die truhe weiß ich mal ganz genau wo die ist jetzt ist man ein pilz immer normalerweise normalerweise ok halt nicht immer manchmal ist ein pilz oder oft aber keine rüstung dabei gewesen in der truhe ist das und und dann das ich ich und ich 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 habe einen. 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 Genau auf dem Dach gelandet. Das ist ein bisschen, oder? Ich habe einen. 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 Und dachte. Und so. Ich habe einen. 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 Oh So einfach, geht das? Scharfschützen mehr brauche ich glaube ich nicht ganz. Ja genau, gehen wir da raus. Da war einer, wo ist er? No kill. Blüüüüü! Rampage 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 Oh shit. Oh shit. Langschleichen. Ich hab noch 14 Schuss. Aber es sind also NPCs, so wie es aussieht. Ich hab noch 14 Schuss. Killing spree! erst mal schauen wie viele Punkte wir gekriegt haben schon wieder 40, 50 sind in der Dreh, weil das die erste Runde war ich bin ein Scharfschützer, ich bin ein Beherrscher und ich bin ein Scharfschützer ok, bis gleich ok, ich glaube es sind wir nur NPCs, wir sind Mr. Greg und dafür zwar mit JV320 ich hole irgendwie ein Zeichen, deswegen denke ich, es ist alles nur NPCs es sind alles nur NPCs die Fabrik ist das erste, also ich will das eine spielen was heißt das eine spielen ich will wieder das eine machen schon mal hier oben drauf gehen ich glaube nicht, was ist denn da? gut, da brauche ich doch nicht lang oh, hier sind vier Leute ich werde mich jetzt wieder irgendwie in eine Ecke rein stellen und die NPCs zu mir locken und dann ein nacheinander abknallen aber erst mal brauche ich eine Waffe und ein Rucksack auch nice ah, ich brauche einen da ah, eine Panzerung wäre auch nice, also was heißt Panzerung der- und dann kann man Comment schnappen an und dann kann man das es ist w da ist ein pc gelobt ich höre hier noch einen anderen ein Was? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Ich habe gleich kein Munizier mehr. Okay, ich habe noch eine andere. Okay, ich habe noch eine andere. Okay, ich habe noch eine andere. Das hat er bestimmt die ganze Zeit untereinander gelaufen ist. Okay, ich habe noch eine andere. Okay, ich habe noch eine andere. Hmm. 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 Hmm.